Ja, zweiter Tag. Freifahrter Geburtstag. Alter, Alter. Der Tag geht so an einem vorbei. Ja, ja, ja. Mittwoch-Training in Weingarten. Es ist nur blöd daheim, weil ich jedes Mal die Scheibe wegbauen muss, wenn ich mit dem Haus rauskomme. Das Geburt ist wieder das gleiche. Ihr könnt hier auf dem Platz oder hinten bei der Versorgungsstation laufen. Wenn ihr Hilfe braucht beim Rausgehen in den Parcours gleich. Der Schandor nimmt die Station 1 bis 9 mit. Schandor ist da. Der Thorsten Lüschen, der ist da. Der nimmt die Station 10 bis 19 mit. Ich nehme 20 Prozent. Wenn ich jetzt sage, das hättest du überlegen müssen. Ja, ne? Ja, letztens bei der Kreismeichschaft. Und ich habe 10 Jahre gesehen. So, guten Morgen. Zweiter Tag. 3D-Archers. Heute ist jetzt, was haben wir jetzt hier? Doppel-Hunter. Ja, mal gucken. Ich habe heute keine große Lust, nicht viel zu quatschen. Mal gucken, ob das was wird vom Film her. Ja, sicher. Sonst viel Spaß. Alle ums Kill. Nee, ums Kill. Was geht schon gut los hier? Rolf spekuliert schon mit seinem Eisen. Ich spekuliere Eisen. Und... Siehst du? Der Sitz. Der Kill ist tiefer. Rolf mach mal. Ah, Hunter vom weißen Flock. Also fällt schon auf, ne? Rolf von der Backstore Boys. Andreas hätte jetzt gequatscht wie ein großer, ne? Ja, so ist das. Die Norddeutschen sind ja jeder. Eher ruhig. Die Sturen. So. Watt kark. Dankeschön. Ja, Rolf vom weißen. Boah, Daniel hat voll aufs Kill geschossen. Körper. Bist schon so ein kleiner Angeber, ne? Ne? Mit deiner Scheißegal-Einstellung heute Morgen. Das Grinsen kommt langsam zurück. Ja. Sieht doch ganz flauschig aus. Boah. Der hat gesessen. Ja. Richtig gut. Was könntest du euch umsetzen? Nein. Minus. 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 Komm. Zombie-Fuchs. Jetzt. Muss er weg. Den hab ich gestern gut getroffen. Heute ist bestimmt vorbei. Siehste? Siehste? Dann löschen wir alles raus. Ist die überhaupt jemand getroffen hat? Haben wir einmal geguckt, wie sind Autos die bringen? Wir tippen doch, ey. Boah, wird aber arschkalt hier. Ah, der Rest ist Wasser. Ist das noch eine Stolkluft? Blechtführung, ne. Ist nur ein Brett drin. Ach, siehste. Klasse. Klasse. Scheiße. Am Chamäleon, der Heiko. Auch grün. Hab ich gestern noch nicht getroffen. Das ist der Bluch. Genau. Bluch des Chamäleons. Aha. Da zeig ich mir das ein Lebtag. Ah. Schade. Aber gut. Aber gut. Bogensport extrem, oder wie war das gewesen? Bogensport extrem. Aber jetzt mal richtig. Scheiße. Und wie... Verbreche ich mit meinem anderen Stamm? Der Turm der Entscheidung. Schauen wir mal. Ich wollte gerade sagen, Heiko komm ran. Die Kamera läuft. Das kann nur gut werden. Mach dich auch extra lang. Oh ja. So. Ja. So Leute, da hinten ist irgendwo was. Genau. Hier vorne das erste Wildschwein. Das erste. Genau das. Und jetzt der Löwe. Das klang sehr gut. Ja. Jaaaahhhh. Du brauchst heute voll Ländletcher. Heiko. Heiko. Du hast noch weiße P- Dieser Bewuchs im Walde ist ja fürchterlich. Braune Sau. Interessant. Die andere braune, okay. Sauber drüber. Erstmal eine Wurst. Jetzt schon. Du musst damit hin. Ich muss damit hin. Aus Kamiya. Okay. So, wir wollen Tschüss sagen. Ja, wir müssen uns noch ein bisschen konzentrieren bei diesem Turnier. Und deswegen war toll. Tschüss. Tschüss. An mit den Damen Langbogen. Auf dem ersten Platz Sophia Jansen mit 280 Punkten. Bravo. Mit 990 Punkten. Mit 990 Punkten. Das war wie. Ja, wir verzeilen sich. Und auf dem ersten Platz Peter Seidler mit 1250 Punkten. Auf dem zweiten Platz Uli Tönnies mit 1010 Punkten. Und auf dem ersten Platz Ingo Kubenka mit 1120 Punkten. Danke. Ja, da war es. Das ist wirklich nicht gut. Das ist wirklich sehr wichtig. Also ist das schon ein bisschen. Das ist wirklich sehr wichtig. Vielen Dank.